Ich habe einen Artikel gelesen vor kurzem. Da ging es um so wie wir sprechen und wie schnell und wie langsam und so. Und da ging es darum, dass es quasi Schweigekulturen und Sprachkulturen gibt. Also quasi Gruppen von Leuten, wahrscheinlich immer regional, die gerne lieber schweigen, die nicht so viel sprechen und welche, die halt so wasserfallartig reden. Und ganz interessant, auch in Deutschland gibt es ein Nord-Süd-Gefälle oder West-Süd-Nord-Gefälle. Im Norden tatsächlich sprechen die Leute weniger. Die Leute, die auf dem Deich stehen und so sagen, moin. Und dann schaut man mit so einer Tasse Tee einfach drei Stunden aufs Meer. Und hat sich danach gut unterhalten. Genau. Genau. Und dann gibt es quasi zwei Städte, die herausstechen. Die eine ist nämlich die Stadt, in der man am langsamsten spricht. Und die andere ist die Stadt, in der man am schnellsten spricht. Und das Lustige, ich komme quasi aus beiden. Nicht dein Ernst. Also in München sprechen die Menschen am langsamsten in Deutschland. Da ist quasi die Sprechquote am niedrigsten, 127 Wörter in der Minute. Geil. Und in Dortmund, Essen und Düsseldorf, wo ich ja herkomme ursprünglich, da sprechen die Leute mit im Schnitt 170 Wörtern in der Minute. Geil. Gibt es da eine Karte zu? Ich glaube, so eine Karte nicht, aber es ist so eine Auswertung. Da haben die so lokale Radiosender und lokale Podcasts. Sau geil. Und das ist halt so krass, weil du kennst ja die Geschichte, wie meine Mutter mich mal zurechtgewiesen hat, dass ich so schnell spreche. Nee. Also dann erzähl ich mal. Ich habe eine Veranstaltung moderiert, nämlich eine Lesung. Achso, da war ich dabei. Da warst du dabei. Ihr müsstest euch wirklich so vorstellen, ich stehe auf der Bühne. Meine Mutter war dabei, muss man sagen. Also die saß im Publikum, weil es war so eine Lesung, das hat sie irgendwie auch interessiert. Ich stehe also auf der Bühne, moderiere gerade dieses Event, begrüße die Leute, die vor uns sind. Also es war so eine mittelgroße Bühne. Meine Mutter saß in der letzten Reihe und ich merke nur in meiner Hosentasche, mein Handy vibriert. Okay, irgendwer ruft halt an oder irgendwer schreibt mir. So, dann bin ich halt irgendwann fertig mit diesem Abend. Fertig moderiert, gehe von der Bühne runter, gucke auf mein Handy. Hat meine Mutter mir per WhatsApp geschrieben, Anakin, langsamer sprechen. So, als würde ich dann so vor allem... Sekunde mal ganz kurz. Ich habe hier eine Nachricht gekriegt, muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, meine Mama schreibt, ich soll langsamer sprechen. Man kann die Schnitt verstehen. Das ist das los. Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also meine Mutter, die beschwert sich immer, dass ich so schnell spreche. Ist da was dran? Ja. Und deswegen habe ich einfach mal, Darwin, gefällt das, in den Sprachcounter, also in den Wörterzähler, gejagt und habe mal geguckt, wie schnell wir hier sprechen. Remember, die schnellste Sprechgeschwindigkeit Dortmund, Essen und Düsseldorf, 170 Wörter in der Minute. Ja. Jetzt rate mal, ich habe jetzt einen Teil genommen von mir, weil ich ja meiner Mutter zufolge schnell spreche. Wie viele Wörter in der Minute spreche ich im Schnitt? 200. 186. Krass. Also es ist ja geradezu ein Wunder, dass ihr mich überhaupt versteht. Krass. Weil ich spreche so schnell, wie Lucky Luke schießen kann. Nee, wie sein Schatten. Ja, okay, aber das ist ja auch kein Wunder, dass unsere Folgen jetzt... Alle so kurz sind? Jetzt, ja, keine Ahnung, wir machen meistens 45 Minuten, aber da ist halt meistens Content drin für anderthalb Stunden. Boah, das stimmt. In einem anderen Format. Wir machen eigentlich eine Doppelfolge hier jedes Mal. Ja, jedes Mal. Leute können uns auch gar nicht auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Nee. Weil das ist ja alles viel zu schnell, wir würden uns nicht mehr verstehen. Das ist dann einfach nur so ein Beep. Ich höre ja Hörbücher immer super schnell. Echt? Ja. Nee, ich kann mir das dann nicht merken, wenn es so schnell... Also wirklich, wenn Leute zu schnell sprechen, das geht ja mal gar nicht. Ich kann dich nicht verstehen. Anakin, langsamer sprechen. Ist so geil. Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Helio-Buff-Ballon aufs Meer und schon war der Bruder dran. Ein Terrorist verschickt, ne Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Prophet haben gewählt, dass du mir hier... Darin gefällt das. Es ist absurd, doch... Darin gefällt das. Darin gefällt das. Darin gefällt das. Anna und Christian. Darin gefällt das. Das ist Darin gefällt das. Ihr hört den Podcast mit Christian Alt und Anna Bühler. Jede Woche erzählen wir euch Geschichten von verrückten Ideen, von Leuten aus der Menschheitsgeschichte. Christian, ich muss dich zum Einstieg mal fragen, spielst du gerne Poker? Würdest du dich als guten Pokerspieler bezeichnen? Ich spiele gerne. Ich habe da großen Spaß dran. Es gibt bei jedem Spiel irgendwann so einen Punkt, wo ich denke, boah, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich einfach in so einem Modus, wo ich einfach so... All in. All in, scheiß drauf. Das passiert mir bei Halma, bei Sagerland, bei Poker. Das ist alles. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber bist du dann jemand, der versucht, sein Gegenüber zu lesen? So, ah, das ist eine Taktik. Ich bin zu risikofreudig. Ich habe einfach Bock am Spielen. Du bist mit dir selbst beschäftigt. Und ich würde gerne einfach die Hand jetzt spielen und so. Diese ganzen, wie muss man da taktieren, da bin ich nicht der Typ für. Ich auch nicht. Ich bin so ein richtig emotional gesteuerter Mensch einfach. Ich bin auch mir sicher, wenn ich ein gutes Blatt habe, dann sieht das jeder. Das ist so. Also, Karten werden ausgeteilt. Ah, ha, 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 wuhu. So, okay. Und dann geht halt keiner mehr mit. Ich bin ja super schlecht im Lügen auch. Man kann mich ja immer lesen. Ich kann ganz schwer verbergen, was ich fühle. Und man sieht mir an, wenn ich keinen Bock habe. Man sieht mir an, wenn ich irgendwie gelangweilt bin oder genervt. Das checkt man alles sofort. Und deswegen bin ich auch kein guter Pokerspieler. Du wärst auf jeden Fall auch kein guter Trickbetrüger. Aber du wärst das perfekte Opfer für Trickbetrüger. Das ist perfekt. Habe ich mir erzählt, dass ich... Du musst es mal verarschen. Ja. Auf den Straßen in New York waren da so zwei Typen. Die drücken mir so eine CD in die Hand und sagen, Hey, we make Hip-Hop-Music. Here, have a CD. Und ich so, cool. I love Hip-Hop, the music. Danke, thank you. Und dann so, this is $20. Ich so, no, I don't want it. Und er so, but you have it. Oh mein Gott. I don't want a CD. I'm not buying a CD. But you have it in your hand. Ich so, I don't want a fucking CD. Und dann ging es so weiter, dass ich ihm 20 Dollar gegeben habe. Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt gezahlt am Ende. Ich habe gezahlt. Ich bin so schwach. Ich finde es aber auch irgendwie sympathisch, dass du da einfach gezahlt hast. Kiel, das ist wie in Ruhe. Das ist wie in Ruhe. Stimmt, I have it. Ja, that's right. I want it. I don't want it. Ja, Entschuldigung. Ja, ich werde das Opfer. Immer. Okay, ich glaube, no doubt wärst du auch ein perfektes Opfer vom Protagonisten der heutigen Folge. Der Name unseres Protagonisten ist Victor Lustig. Das ist ein Name, den man wirklich kennen muss, wenn man von Trickbetrügern spricht. Er hat Leute nicht nur im Glücksspiel abgezogen, sondern er gilt auch wirklich als der Mann. Und damit geht er auch in die Geschichte ein, der mal den Eiffelturm verkauft hat. Was man halt so macht. Was man halt so macht. Ist das den echten Eiffelturm oder so, den in Las Vegas oder so? Nee, den Eiffelturm in Paris. Aber wir fangen mal mit einer Szene aus der Jugend von diesem Victor Lustig an, weil es ist eine Szene, die beschreibt, warum er sein Leben lang macht, was er macht. Er ist Teenager. Diese Geschichte spielt wahrscheinlich in Tschechien, weil man nimmt an, dass er von dort ist. Er ist in so einer mittelgroßen Stadt und er ist auf der Suche nach Essen. Also er lebt in Armut und das meiste, was er isst, sucht er im Müll. Also er kramt irgendwie in Mülltonnen rum und ist gerade wieder auf der Suche nach was Essbarem. Da steht er vor so einer Fassade eines großen Hotels in dieser Stadt. Ein edles Hotel. Und genau auf der Höhe, wo er draufblicken kann, ist so ein Balkon von so einem schicken Zimmer. Und auf diesem Balkon steht eine gut gekleidete, gut aussehende Frau. Der gesellt sich dann einem Mann zu und die beiden stehen so auf dem Balkon und unterhalten sich. Dann irgendwie geht der Mann raus und Victor lustig beobachtet, wie so ein Angestellter des Hotels so ein Essenswagen reinfährt. Und darauf ist wirklich so das Beste vom Besten. Ich stelle es mir so vor, so dampfende Pasta, irgendwie wahrscheinlich Hummer. So wirklich so das Essen, wo dir das Wasser im Munde zusammenläuft. Und Victor lustig ist auch so, boah, was haben die da geiles auf diesem Essenswagen da gerade. Und der Typ, der kümmert sich aber irgendwie gar nicht so richtig darum, dass es jetzt mega leckeres Essen hier gibt und dass sie sich eigentlich mal hinsetzen sollten und das gemeinsam vertilgen sollten. Sondern er zieht ein Bündel Geld aus der Tasche, gibt der Frau dieses Geld. Es ist anscheinend so viel, wie Victor noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und dann beobachtet er die beiden auch noch, wie sie Sex haben. Also wahrscheinlich war es eine Sexworkerin, die dieser Typ, dieser reiche Mann irgendwie auf sein Hotelzimmer eingeladen hat. Und das ist der Moment, in dem Victor lustig sich schwört, er will mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, in seinem Leben dafür kämpfen, dass es Gerechtigkeit gibt. Er findet nämlich, jeder, der es sich leisten kann, Essen stehen zu lassen, der hat es auch nicht verdient, sein Geld zu behalten. Das ist so sein Robin Hood Moment, ja. Was sagt er denn später? Also Robin Hood hat er nicht gesagt, aber er sagt wirklich so, dass jeder, der es sich leisten kann, sein Essen stehen zu lassen, der hat es nicht verdient, überhaupt sein Geld bei sich zu behalten. Und dafür bin ich dann da, sagt Victor lustig. Diesen Leuten werde ich nach allen Mitteln der Kunst die Kohle aus den Taschen ziehen. All right. Ich habe ja schon gesagt, wir wissen gar nicht genau, wo Victor lustig irgendwie aufwächst, wo er geboren wird. Das Ding ist nämlich, alles, was ich dir zu seinen frühen Jahren, zu seiner Kindheit und Jugend erzähle, ist mit einem ganz großen Eventuell so zu versehen. Warum, das erzähle ich dir am Ende der Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, auch wenn man in der Recherche ist, irgendwie die Quellen, die eine sagt das, die andere sagt das und am Ende sagen alle Quellen, man weiß es nie genau. Wir nehmen aber an, dass Victor lustig am 4. Januar 1890 in Böhmen geboren wird, damals Königreich Österreich-Ungarn. Heute wäre diese Stadt Arnau, in der er geboren sein soll, eine Stadt in Tschechien, nämlich Ostinä oder Hostinä. Das ist so nordöstlich von Prag, so Richtung polnischer Grenze. Sein Geburtsname ist Robert Müller und jetzt direkt ein kleiner Funfact zu Robert Müller slash Victor lustig. Er hatte nicht nur ein alter Ego, sondern im Laufe seines Lebens soll er 47 Pseudonyme benutzt haben. Geil. Wow, ich glaube, die kann man sich dann selber wahrscheinlich irgendwann alle nicht mehr merken. Aber anscheinend war Victor lustig sein Liebster davon. Das ist doch ein super Name. Ich denke die ganze Zeit, ich hätte gerne den als irgendwie Held von so einem Cartoon oder so. Es ist so ein Lucky Luke mäßiger Typ für mich. So heißt so eine lustige Maus oder so. Ja, genau, Victor lustig. Auf jeden Fall ist sicher, dass er so zur Jahrhundertwende aufwächst. Und dann sind aber auch, wie gesagt, die Quellen sich nicht einig. Ist er wirklich in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen? Oder sind seine Eltern doch irgendwie wohlhabender gewesen? Er soll nämlich auch, das steht in manchen Quellen, er hätte eine sehr gute Bildung erfahren, hätte irgendwie Stipendien in Dresden und Wien gehabt und hätte fünf Sprachen gesprochen. Dann aber wiederum, werden wir auch im Laufe der Geschichte merken, soll er nicht mal des Englischen mächtig gewesen sein. Deswegen weiß ich nicht, welche fünf Sprachen er sonst gelernt haben soll. Also es ist ein bisschen widersprüchlich ganz oft. Was wir aber safe wissen ist, dass er so 1910 rum in Paris landet. Da ist er eben junger Erwachsener. Seine Eltern sollen ihn dorthin schicken. Und in dieser Zeit entwickelt er tatsächlich sein eigentliches Talent. Eigentlich soll er dort irgendwie an die Uni gehen oder irgendwas studieren und lernen. Aber worin er wirklich gut ist und vor allem, was ihm wirklich Spaß macht, ist das Glücksspiel. Und nicht nur das Glücksspiel an sich, sondern auch so ein bisschen Betrügen beim Glücksspiel. Also das macht er schon sehr, sehr früh. So in den Spielhallen von Paris und so in den Casinos ist er irgendwie unterwegs. Und ganz besonders so Kartenspiele sind sein Ding. Also der soll so die typischen, keine Ahnung, Kaufhaus-Magier-Kartentricks drauf gehabt haben. Welche Karte hatte ich? Verfolge, wo ist die Muschel oder so. Ja genau, so Zeug hat er irgendwie gemacht. Und das hat er irgendwie perfektioniert. Also das konnte er richtig gut vor allem bluffen. War dann am Ende so seine Disziplin. Und wie können wir uns diesen Viktor lustig vorstellen? Also das ist schon eine nicht imposante, aber interessante Erscheinung. Er ist relativ klein. 1,70 soll er groß gewesen sein. 73 Kilo schwer. Also er ist jetzt nicht so ein stämmiger Hühne so, sondern irgendwie eigentlich eher so ein unauffälliger Typ wahrscheinlich. Er soll immer sehr, sehr gut gekleidet sein. Meistens in eleganten Anzügen. Was auch so ein bisschen Teil seiner Masche ist übrigens. Und das Einzige, was sehr, sehr auffällig bei ihm ist, ist, dass er eine große Nabel im Gesicht hat, die so vom Ohr bis zur Lippe irgendwie geht. Und anscheinend ist die Geschichte, dass ein anderer Glücksspieler im Streit ihm die zugefügt haben soll. Also wahrscheinlich so ein Schmiss oder sowas. Ja und so beginnt Viktor Lustig schon als Teenager so Leute mit Kartentricks zu verarschen. Und er ist anscheinend dann auch irgendwie wirklich schon früh mehrmals schon im Knast gewesen wegen kleinerer Diebstähle und irgendwie hier und da mal irgendeine kleine Delikte. Kommt aber immer schnell wieder raus. Und vor allem schreckt ihn so kurze Zeit in Haft irgendwie nicht ab, weiterzumachen. Stattdessen ist er wirklich eigentlich durchgehend dann in Paris nur noch in Casinos und in Spielhallen. Wird besser und besser mit seinen Trickbetrügereien. Und es ist auch nicht nur Spaß für ihn, weil also klar macht es ihm Bock, glaube ich. Aber die Mission ist halt in den Casinos wirklich die Reichen auszuspälen und die wirklich abzuzocken, um so seine kleine Form der Gerechtigkeit herzustellen. Das Krasse ist, dass es ihm echt gut gelingt. Nach kurzer Zeit lebt er eben nicht mehr in Armut. Und er kann sich dann eben auch schöne Klamotten leisten und so. Kann ganz gut von seinem Betrug leben. Hat dann auch eine Wohnung und so. Muss nicht mehr irgendwie auf der Straße von hier nach da tingeln so. Und so schafft er es sich irgendwie natürlich auch vor den Reichen dann immer so als Mann von Welt auszugeben. Als einer von ihnen. Und das ist ja echt eine Sache, die bei Betrug das kleine Einmaleins ist. Das hat man, glaube ich, auch schon oft gehört. Am liebsten mögen Menschen ja Menschen, die so sind wie sie selber. Deswegen, wenn du so aussiehst wie ich, dann werde ich dir wahrscheinlich mehr vertrauen, als wenn du, keine Ahnung, anders gekleidet bist als ich oder ich weiß nicht, den gleichen Geschmack hast. Oder auch Bewegungen und sowas. Also wenn man Leute um den Finger wickeln will oder ein Trick dabei soll sein, dass man tatsächlich die Mimik und die Gestik von Leuten einfach kopiert. Auch so in Vorstellungsgesprächen oder so. Versuch das jetzt mal für den Rest der Folge mit dir zu machen. Ja, ich finde es jetzt schon creepy. Ja. Hör auf. Ich glaube, ich könnte es gar nicht. Halt deinen Maul. Oh Gott, so bin ich? Ich sehe aus wie Stefan Raab. Das war die schlechteste Stefan-Raab-Impersonation, die ich je gesehen habe. Wow. Okay, ich hör auf. Ja, danke. Ich hör auf. Ich hör auf. Ich sage nur mit so der Hand, die Handbewegung von anderen nach. Ja, okay. Okay, das ist echt creepy. Mir gibt es eher The Shivers, anstatt dass es mich um den Finger wickelt. Viktor Lustig macht es irgendwie besser als du gerade. Und der gibt sich eben als gut gekleideter, eleganter Mann aus. Und in den Casinos setzt er sich dann neben die anderen Leute und so. Und so gewinnt er tatsächlich irgendwie immer das Vertrauen von Leuten, die er dann am Ende doch übers Ohr haut. Und nachdem ja reiche Leute, gut situierte das Ziel seiner Wahl sind, überlegt er sich so, wo bündeln die sich, also wo sind die wie auf einem Ameisenhaufen vertreten. Und da denkt er ganz schnell, das ist natürlich auch so ein Trend, so im frühen 20. Jahrhundert. Ha, Kreuzfahrtschiffe. Das ist ja auf der Kreuzfahrt. Da sind die Leute, die dann halt von. So wie bei Titanic dann. Genau so. Tatsächlich auch die Route Frankreich-New York. Alle wollen von Europa mal nach New York ins Land der Träume so. Und ja, das sind halt natürlich auch die Leute, die die Kohle haben. Und für Viktor Lustig ist es auch praktisch, weil er hat genug Zeit auf dem Schiff irgendwie sich so Apfer zu suchen, die dann so ein bisschen zu umgarnen, dann abzuzocken und dann, sobald sie an Land sind, schnell abzuhauen. Das ist super. 1910 rum setzt er diesen Plan also das erste Mal dann auch in die Tat um und kauft sich so ein Ticket für eine Schiffsreise. Remember, er hat echt schon einiges an Kohle gemacht mit seinen Betrügereien, kann sich also auch die erste Klasse leisten, da wo seine Opfer sich eben aufhalten. Ja, und dann wäre der Plan eben, dort den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. An Bord nennt er sich dann nicht nur Viktor Lustig, sondern Graf Viktor Lustig. Also er gibt sich so als reicher Passagier aus und ja, jeden Abend sitzt er dann halt dort mit den anderen Wohlhabenden irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich so in der Lounge oder in der Bar, an der Lobby. Im Raucherzimmer und so. Genau, im Zigarrenraum. Im Zigarrenraum des Kreuzfahrtschiffes. Ja, und dann ist er halt so, ja, habt ihr nicht Bock auf nur eine Karte oder sowas? Also der versucht das dann immer so unterschwellig, so Glücksspiele irgendwie zu starten, um dann natürlich den Leuten nach allen Regeln der Kunst das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und diese Scams, die funktionieren tatsächlich. Also diese Kreuzfahrtscams, die er macht, das macht er nicht nur einmal, sondern bis zum Start des Ersten Weltkriegs. Also bis dahin gibt es diese Kreuzfahrten ganz viele, so vier Jahre ungefähr. Verprasst das ganze Geld aber auch immer. Aber genau, das ist für die Zeit so seine Masche. Wir haben ja die große Ehre, hier ab und zu auch andere Podcasts zu empfehlen. Und heute dürfen wir einen Podcast empfehlen, den ich wirklich sehr, sehr gerne auch in meinem privaten Leben, abseits von davon gefällt das, höre. Und zwar zum Scheitern verurteilt mit Laura Larsson und Simon Dömer. Erstmal sind die beiden sehr, sehr lustig. Und Christian, ich finde, manchmal sind die sogar lustiger als wir. Kann ich mir kaum vorstellen. Doch, ich kann mich sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß, es ist nicht schwer. Die beiden sind einfach echt funny. Mir ist es fast egal, worüber sie reden, weil ich eigentlich eh immer total relate, weil es witzig ist. Also wir haben die auch mal kennengelernt. Die haben uns letztes Jahr bei unserem Auftritt in Köln anmoderiert und waren auch hinter der Bühne, muss man sagen. Charming as fuck. Die beiden sind einfach super. Und der Podcast ist auch super. Ein Podcast, der ist auch so ein bisschen da, wenn gefällt das ähnlich. Oder zumindest artverwandt, weil auch da geht es ums Scheitern. Jeden Sonntag reden die beiden über ihre Träume, ihre Vorsätze, die sie sich gefasst haben und warum das eigentlich alles zum Scheitern verurteilt ist. So ein Klassiker ist, mehr Sport machen oder sowas. Und das versuchst du dann irgendwie im Monat und merkst aber dann ziemlich schnell, gar nicht so leicht durchzuziehen. Und das ist genau so ein Thema. Und ich mag ja gar keinen Sport und so. Genau, ich finde das ja voll scheiße. Aber ich brauche einen Monat, um das festzustellen. Genau, ich bin so gerne auf der Couch. Das habe ich ja gesagt. Und was sie jetzt auch haben, das finde ich echt cool, ist, sie haben so Spezialfolgen. Jeden Mittwoch geht es um die HörerInnen-Fragen und zwar die Issues, die ihr Publikum hat. Nach dem Motto Ratschläge von Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Und da überlege ich mir schon mal, ob ich da vielleicht mal hinschreibe und mich da beraten lasse von den beiden. Weil schlimmer als meine eigenen Ratschläge kann es auch nicht sein. Ja, geil. Für was würde ich dich beraten lassen, Christian? Ich würde mich generell mal gerne so coachen lassen. Alles. Ja, zum Beispiel habe ich letzte Woche festgestellt, ich habe noch irgendwie ein paar hundert Euro auf einem Sparbuch, an der Sparkasse hier, als ich Kind bin. Die will ich jetzt mal hier abheben gehen und so. Aber dass mir das nicht auffällt, das nervt schon. Das gibt mir zu denken. Zum Scheitern verurteilt ist unser Podcast-Tipp für euch. Hört auf jeden Fall rein, abonniert den Podcast. Wie gesagt, jeden Sonntag, jeden Mittwoch gibt es neue Folgen. Findet ihr überall, wo ihr Podcasts findet. Alle Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Aber als guter Trickbetrüger, als guter Scammer macht er das natürlich nicht alles so ins Blaue hinein, sondern er hat einen richtigen Plan. Und zwar hat er auch im Laufe seines Lebens die Zehn Gebote des Betrügens aufgestellt. Geil. Und das ist echt geil. Klingt ein bisschen wie so ein trashiges Buch aus dem Riva-Verlag oder so. Die Zehn Gebote des Betrügens. Ja, genau. Aber diese Zehn Gebote, die sind schon ganz smart auf ihre Art. Also ich glaube, wenn man die beherrscht, wenn man wirklich checkt, dann kann man Leute um den Finger wickeln. Ja. Ich zähle jetzt alle Zehn auf, okay? Das Erste, was du machen musst, wenn du ein guter Betrüger sein willst, du musst ein geduldiger Zuhörer sein. Also nichts mit 180 Worten in der Minute wird kein Mensch Bock haben, mit dir weiter Geschäfte zu machen oder dir zu vertrauen. Also das Zuhören, nicht das schnelle Reden, führt einen Betrüger zum Erfolg. Dann, man darf niemals gelangweilt ausschauen. Also so wie ich immer aussehe, wenn du mir in den Storyen zählst. Da hätte ich schon Probleme, ja. Es ist echt so, ich schweife halt gedanklich auch so schnell ab, wenn Leute mit mir reden, dass ich dann wahrscheinlich, entweder sehe ich Resting-Bitch-Face-mäßig aus oder gelangweilt, glaube ich. Stimmt, ich hatte erst gestern ein Feedback bekommen, wo jemand meinte, in dem Meeting neulich, das sah so pisst aus sich so. Hört gar nicht wahr. Ich habe nur gedacht, was ich am Abend für einen Film gucke. Genau. Ja, geht gar nicht. Also gelangweilt aussehen, no go. Die dritte Regel, warte ab, bis dein Gegenüber eine politische Meinung äußert und stimme ihr dann zu. So. Ganz einfach eigentlich, ne? Klar, du musst halt irgendwie immer den Leuten gefallen. Ähnlich ist die vierte Regel, warte ab, bis dein Gegenüber irgendeine religiöse Ansicht äußert und stimme ihr dann zu. Das halt immer so tun, als wärst du auf der Seite. Ach, du auch Trump-Fan. Ach, du auch Creationists. Ja. Geil. Was ist das nochmal? Bin ich auch? Ach, witzig. Witzig. Ich glaube auch dran, dass wir aus dem Knet gemacht wurden. Das ist ja witzig. Das fliegende Spaghetti-Monster, krass. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. Genau. Dann so ein Tisch weiter. Ach, du bist Atheist. Ich auch. Ja. Ja, das macht er. Und dann in der Regel, die ich ein bisschen weird finde, aber vielleicht ist das so ein Männerding in der Zigarren-Lounge. Deute Sex-Talk an, aber geh nicht in die Tiefe, außer dein Gegenüber ist interessiert daran. Also so wahrscheinlich so reden, welche Ladies man irgendwie mit im Hotelzimmer hatte oder so. Oder wie viel Geld man ausgegeben hat, damit eine Lady überhaupt mit auf ein Hotelzimmer kommt wahrscheinlich. Die sechste Regel, rede niemals über Krankheiten, außer ein besonderes Interesse wird gezeigt. Keine Ahnung. Ah, was hast du da für ein... Der Ausschlag sieht aber echt nicht gut aus. Das ist aber... Zeig mal, bis wo geht der denn? Zieh mal das T-Shirt hoch. So, weiß ich nicht. Also es ist auch ein Thema, was ich auf jeden Fall nicht in der Zigarren-Lounge sehe. Aber okay, vielleicht bondet man dann mit Leuten. Die siebte Regel, versuche niemals persönliche Details über andere Personen aus dir heraus zu bekommen, sondern warte, bis es dir von selbst erzählt. Ich glaube, das finde ich auch immer seltsam, wenn Leute ganz viel, also auch früh, ganz viele Fragen an einem stellen. Ja, total. Und auch nicht dann von sich aus was reden, sondern nur einen ausfragen. Und das ist halt auch natürlich so ein No-Go, weil so gewinnt man nicht das Vertrauen von Menschen. Dann die achte Regel, man soll niemals prahlen, wahrscheinlich auch ziemlich offensichtlich. Die neunte Regel, das hat jetzt auch mit seinen Anzügen zu tun und so, sei niemals ungepflegt. Wahrscheinlich auch gerade in den Kreisen, in denen er verkehrt, muss man sich gut rasieren und muss morgens mal unter den Armen einmal durchwischen. Katzenwäsche, ja. Und die zehnte Regel, betrinke dich nie. Weil man muss ja klaren Geistes sein. Ich finde das super interessant, weil ich denke, die ganze Zeit, all diese Regeln sind eigentlich nicht nur für Betrüger relevant, sondern für jemand, der auch ein Geschäftsmann sein will oder so oder Geschäfte abschließen will. Ey, wahrscheinlich sogar noch niedrigschwelliger, wenn du eine gute Note im Ausfragen haben willst. Das ist wahrscheinlich auch so, ne? Also dann irgendwie verhalte dich gut, gib deinem Lehrer das Gefühl, dass ihr irgendwie was gemeinsam habt. Keine Ahnung. Also ich glaube, Schleimer kommen nicht umsonst so weit. Also die kennt man doch aus jeder Schule, aus jeder Klasse. Ich bin morgen auf einer Podcast-Veranstaltung. Ich würde das alles mitnehmen für morgen. Christian, Regel 10, betrinke dich nie. Ja. Ja. Hier? Alkoholfreies Bier für dich, mein Freund. Ja. Hier morgen früh einmal duschen. Ja. Sei niemals ungepflegt. Ja. Okay. Und das mit dem Deute-Sex-Talk an, finde ich auch richtig gut für das Event morgen. Finde ich gut, ja. Also, oh. Meine Frau und ich, ja leuliche Bett, hör mal. Da könnte ich dir Sachen erzählen, aber ich gehe nicht ins Detail. Ja, aber ich gehe nicht ins Detail. Außer du willst, dass ich ins Detail gehe. Aber ich könnte Sachen erzählen. Hä? Da rollen sich dir die Fußnägel hoch. Wenn ich daran denke, wird mir noch ganz warm immer. Christian, wir wollten dich eh ersetzen für dieses Event. Wir wollten ja eigentlich eh einen anderen Kollegen hinschicken. Du musst hier dringend nochmal... Ich muss nochmal streichen hier. Streichen. Schwierig. Ich will damit auch zeigen, mit diesen 10 Geboten, der Typ, der hat sich das wirklich alles genau überlegt, wie er es macht. Also das ist schon mit Strategie behauptet. Ja, ich finde es wirklich gut. Eine der Grundregeln, die er auch hat und die finde ich echt gut, ist so dieses, dass man Leute nie zum Glücksspiel drängen soll. Das ist auch, glaube ich, was für viele Bereiche des Lebens gilt. Du musst immer den Leuten das Gefühl geben, es war ihre Idee. Ja. Du wolltest doch anfangen mit Skat. Ja. Das war doch deine Idee und so. Ich finde es so geil, wenn Leute das beherrschen, auch wenn es manipulativ sein kann. Ich finde es einfach beeindruckend. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit so lustig, als irgendeinen vor, der auch bei die Hütte der Löwen sitzen könnte oder so. Ja, ja, voll. Weißt du, so ein bisschen schmierig, ein bisschen erfolgreich und so. Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Prozent Ahnung von BWL haben musst und 80 Prozent einfach Leute durchschauen musst und das Spiel mitspielen musst. Total. Also wir spulen mal kurz durch die 1920er. Wir wissen ja, er war viel auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs, dann kommt halt der Krieg. Das ist ja für alle wahrscheinlich so eine Pause gewesen in den Sachen, die die Menschen gemacht haben. Nach dem Krieg verbringt er wohl viel Zeit in den USA. Das ist so das Jahrzehnt, in dem er seine Betrügermasche perfektioniert. Er macht wirklich verschiedenste Dinge. Zum Beispiel ist er sehr aktiv in Pferderennen, also so Sportwetten Stuff macht er dann auch. Und zwar täuscht er da immer vor, dass er sichere Tipps hätte und die Leute soll ihm quasi sammelmäßig das Geld geben und dann würde er das Geld verwetten an der Rennbahn. Aber natürlich macht er sich aus dem Staub damit. Der sichere Tipp ist, ich werde dich betrügen. Der sichere Tipp ist, dein Geld wirst du nie wieder sehen. Dann gibt es noch die Story, dass er irgendwie so Fake-Gelddruckmaschinen dann verkauft oder herstellen lässt oder so. Also irgendwas mit Gelddruckerei macht er auch in den 20ern. Für alles wird er nie gefasst. Also natürlich ist er auf dem Radar der Behörden. Er hat anscheinend in mehr als 40 Städten mittlerweile Haftbefehle, die auf ihn ausgestellt sind. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass man da immer wieder davon kommt, vor allem wenn man eine große Narbe im Gesicht hat. Weil man kennt das ja, an Flughäfen oder so hängen dann halt Bilder von Leuten, die gesucht werden und so und wenn du wirklich etwas hast, was du schwer verstecken kannst, naja, über 40 Haftbefehle, er wird nie gefasst oder lange nicht gefasst. Er gilt auch so in Ermittlerkreisen als der Typ, der ungreifbar ist. Also es gibt so ein Zitat von einem der Kommissare, der sagt, er sei so ungreifbar wie Zigarettenrauch und so charmant wie der Traum eines jungen Mädchens. Okay. Das ist alles so ein bisschen outdated formuliert, aber ne. Ja, er ist glaube ich echt so der Typ, der alle um den Finger wickeln kann und sogar unter Kommissaren hat er diesen Ruf. Jetzt kommen wir aber zum großen Fall oder zum großen Fail, wie auch immer wir es sehen wollen, hier in der Geschichte des Victor Lustig. Und zwar ist er im Mai 1925 wieder in Paris, wo er ja schon mal war, wo er sich in Casinos rumgetrieben hat und so nach wahrscheinlich gut fünf Jahren in den USA und auch auf Reisen. Er checkt hier in Paris als Graf Victor Lustig in einem der edelsten Hotels der Stadt ein, nämlich im Hotel de Crayon am Place de la Concorde, also so mitten in der Stadt, übrigens ein Hotel, das es heute auch noch gibt, das edelste vom Edelnden. Er hat halt wieder Kohle gemacht natürlich in den USA, deswegen kann das sich jetzt hier auch gut gehen lassen. Und er genießt Paris auch erstmal wieder so ein bisschen, kommt hier an, geht an die alten Orte, trifft wahrscheinlich ein paar alte Gauner-Kollegen und so. Und so sitzt er in seinem Hotelzimmer eines Morgens und blättert durch die Zeitung, keine Ahnung, Le Monde oder sowas, liest er dann da so und trinkt dabei einen Café au lait. Und eine Schlagzeile in dieser Tageszeitung sticht ihm sofort ins Auge. Da steht sowas wie, reiß den Eiffelturm ab. Das ist so ein Kommentar in dieser Zeitung. Victor Lustig denkt so, Eiffelturm abreißen? Wieso? Interessant. Und so liest er halt diesen Kommentar, der hier von irgendwem verfasst wurde und er ist komplett fasziniert, was er liest. Es ist nämlich im Grunde ein riesengroßer Beschwerdebrief über die Unsinnigkeit des Eiffelturms, weil der Eiffelturm würde A, das Stadtbild verunglimpfen, so, also der ist vielen PariserInnen irgendwie ein Dorn im Auge, weil er scheiße aussieht. Und zweitens, dieser Turm sei viel, viel, viel zu teuer, um ihn noch länger instand zu halten. Das sind so die zwei Kernthesen in diesem Kommentar, den Victor Lustig da liest. An der Stelle, glaube ich, mal ganz kurz ein bisschen, weil es vielleicht sonst verwirrend ist, hä, warum ist die Instandhaltung teuer und wieso ist der Eiffelturm den PariserInnen ein Dorn im Auge so? Würde ich an der Stelle einen kleinen Exkurs machen über die Geschichte des Eiffelturms. Ich gehe mal ganz kurz raus und komme gleich wieder, weil ich habe was mitgebracht. Okay. Ja, Christian, also, jetzt bin ich wieder da. Weil ich könnte dir jetzt die Geschichte des Eiffelturms erzählen wie in Wikipedia-Artikel. Der Eiffelturm wurde im Jahr erbaut und der ist so und so hoch und der ist so und so braun oder was auch immer. Damit du jetzt aber auch wieder ein bisschen gefordert bist, aber ich merke schon, dein Resting-Bitch-Face kommt wieder durch. Ja, der Typ hier, der spiegelt mich gar nicht mehr, der hat gar keinen Bock mehr. Ja. Habe ich gedacht, wir machen ein Quiz. Und für jede richtige Antwort kriegst du einen Preis. Okay. Ich habe hier verschiedene Preise in der Tüte. Du darfst dann einfach reingreifen, dir was raussuchen. Und ich sage mal so, alles, was in dieser Tüte ist, ist ein Hauptgewinn. Es ist außer Tütes Spielzeug von meiner Tochter. Okay. So. Die Frage 1, Christian. Wie heißt der Erbauer des Eiffelturms? Ich habe ABC-Antworten, wenn ich merke, dass du gar nicht weiterkommst. Äh, August Eiffel. Gustav Eiffel. Gustav Eiffel, ja. Sehr gut. Du darfst in die Tüte greifen und ich würde jetzt auch jedes Mal, wenn du was rausziehst, genauso reagieren wie bei einem dreijährigen Kind. Okay. Ich schaue nicht. Nee, guckst du nicht ganz einfach was nehmen, was sich interessant anfühlt. Das. Ja, was ist das denn? Oh, das ist ja toll. Was ist das denn? Das ist ja von Pepper Woods. Ist das die Pepper oder ist das der Schorsch, Christian? Was ist denn das Tolles? Ich habe keine Kinder. Ich glaube, das ist Pepper. Das ist ja die Pepper. Ja, toll. Was kann man denn damit machen, Christian? Einen Mund nehmen. Ja, genau. Wenn man drei Jahre alt ist, auf jeden Fall. Sehr schön. Und es ist einfach irgendein Gummilappen von Pepper Woods. So eine Scheiße liegt bei uns zu Hause rum. Und ich bin froh, dass es jetzt in deinem Besitz... Das klebt? Ja. Jetzt weiß ich, wofür es da ist. Oh mein Gott. Okay. Okay, du hast eine Pepper Woods gewonnen. Frage 2. Wie jetzt vielleicht, wenn es ein bisschen trickier wird, habe ich ABC-Antworten für dich, die natürlich Chat-GPG generiert hat. Frage 2. Zu welchem Anlass wurde der Eiffelturm eröffnet? Zur Weltausstellung. 1900, glaube ich. 1889. Aber ich fand das richtig gut, dass du das mit der Weltausstellung wusstest. Deswegen darfst du das zweite Mal hier in diese Zaubertüte greifen. Was nimmst du raus? Ja, toll. Was ist das denn, Christian? Das ist Dumbledore. Das ist Dumbledore? Ja, toll. Wo ist denn Dumbledore her, Christian? Das ist aus Harry Potter. Aus Harry Potter. Ui, und du hast ja eine Schnur dran. Toll. Okay, Frage 3 ist eine Schätzfrage. Aus wie viel Tonnen Stahl besteht der Eiffelturm? Gibt es keine ABC? Nee, also schätzt man... Ich sag mal 75 Tonnen. Dafür kriegst du safe kein Geschenk? Es sind 7000 Tonnen Stahl. Ja, okay. Aber man kann sich nicht vorstellen, was eine Tonne ist. Ja, genau. Okay, dafür gibt es kein Geschenk. Noch zwei, drei Fakten über den Eiffelturm. Es ist 300 Meter hoch und war bis 1930 das höchste Gebäude. Dann aber wurde das Chrysler Building in New York fertiggestellt und war mit 319 Metern 19 Meter größer. Soll ich mal auskippen, was hier noch drin ist? Ja. Das Schlimmste, was wir besitzen, ist das hier. Das ist eine kleine süße Katze. Nee, ist ein Schaf. Das ist ein Schaf oder ein Lämmchen. Und eigentlich macht das immer mehr. Und zwar immer, wenn man vorbei geht. Also es ist so, nicht so, dass man es berühren muss, sondern das steht irgendwo in der Küche, du gehst vorbei, dann macht es mehr. Ah! Gott! Aber anscheinend ist die Batterie erinnert. Das heißt, ich nehme sie mit nach Hause. Dann hätte ich noch coole Tattoos gehabt für dich. Boah, geil. Die lasse ich mal hier. Vielleicht konnte ich die Leute hier heute tätowieren. Okay, das war unser kleines Eiffelturm-Quiz. Sehr schön. Wir wissen ja sehr viel über den Eiffelturm. Du wusstest auch echt ja schon einiges, ne? Güster Welfel und so. Ich habe August gesagt, aber... Ja, das ist irgendwie schon sehr, sehr ähnlich. Dass er eben eine Zeit lang das höchste Gebäude war und so und für die Weltausstellung hergestellt wurde. Ich finde, heute hört man wenig Kritik darüber, dass der Eiffelturm irgendwie eine Schande im Herzen Paris sei. Es ist halt wirklich ein Wahrzeichen. Ich würde sagen, der ist beliebt. Ich meine, der lockte sehr, sehr viele Touristen an so. Damals ist er aber wirklich so unbeliebt in der Pariser Bevölkerung. Ich habe sogar mal ein Zitat gehört von einem Schriftsteller. Ich weiß leider nicht mehr genau, welcher Autor das war, aber der hat anscheinend immer extra im Eiffelturm gearbeitet, damit er dieses Ding nicht von außen angucken muss. Der hat sich immer da in dieses Restaurant gesetzt, hat dort immer geschrieben, damit er nirgendwo sitzt, weil er hat gesagt, aus jedem Fenster in Paris kannst du diesen Schandfleck sehen und da kann ich mich nicht konzentrieren, kann ich nicht arbeiten. Also war seine Lösung immer, im Restaurant des Eiffelturms zu arbeiten. Genau, also er ist wirklich nicht beliebt. Und das Zweite, was ich ja schon erzählt habe, ist, dass die Instandhaltungskosten vom Eiffelturm sehr, sehr teuer waren. Der Eiffelturm besteht ja aus Stahl, zwischen 75 und 7000 Tonnen und Stahl rostet ja, das hat Stahl so an sich. Und um den Stahl vor dem Rosten zu schützen, muss der Eiffelturm regelmäßig, und ich meine so alle sieben Jahre eigentlich, angestrichen werden. Und deswegen meinte ich auch, der ist braun, weil guck mal, es gibt eine Historie der Farben des Eiffelturms. Ach geil. Zum Teil war der so richtig gelb angestrichen. Und der war ja auch mal rot. So rot, rot-braun, so, ne? Krass. Ich habe dem Christian hier so eine kleine Farbpalette des Eiffelturms gezeigt. Packen wir auf Instagram. Packen wir auf Instagram, versprochen. Und jetzt mittlerweile seit 1968 hat er immer die gleiche Farbe, also da haben sie dann nicht mehr diese Farbwechsel gemacht. Jetzt ist er eher so ein Bronze-Braun-Ton. Übrigens wurde er zuletzt 2010 gestrichen, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt mal anrufen und sagen, so, die sieben Jahre, so, was ist denn hier los? Aber meine Notre Dame ist abgebrannt, vielleicht muss man erst mal das wieder herrichten, bevor man den Eiffelturm... Ende des Jahres ist es fertig. Habe ich auch gehört, dass sie wieder reifrig aufbauen. Das Anstreichen des Eiffelturms ist mega teuer. Drei Millionen Euro kostet sowas mittlerweile ungefähr. Jetzt macht auch natürlich alles Sinn, was Viktor Lustig hier liest in diesem Zeitungsartikel. Also der hat diese Zeitung vor sich aufgeschlagen und da steht halt dieser Schandfleck, der muss weg. Wir müssen ihn abreißen, ist ja die Forderung dieses Kommentators da. Und Viktor Lustig speichert nur für sich ab, aha, aha, die PariserInnen möchten also den Eiffelturm nicht mehr haben. Aha, aha, der steht komplett aus Stahl. Boah, 7.000 Tonnen, geil. Und Stahl ist ja eine beliebte Ressource, also ein beliebtes Baumaterial. Die Nachfrage nach Stahl war damals relativ hoch so. Und dann denkt er sich so, okay, also wenn ich so tue, als wäre ich derjenige, der jetzt diesen Eiffelturm abreißt und dann einfach diese 7.000 Tonnen Stahl anbietet zum Verkauf, kann ich richtig Asche machen. Das ist ein interessanter Deal, denkt er sich. Geil. Darf ich dir meine Lieblingsstahl-Anekdote erzählen? Ich bin ein bisschen geschockt, dass du eine Lieblingsstahl-Anekdote hast, aber ja. Wusstest du, dass für die medizinische Industrie Stahl geborgen wird von so alten Schiffen, die vor 1945 hergestellt wurden? Die tauchen praktisch nach unten, holen diesen Stahl, schneiden den aus den Schiffen raus und machen daraus medizinische Präzisionsinstrumente. Was? Weil sämtlicher Stahl, der auf der Erdoberfläche existiert, verstrahlt ist. Die Strahlung, die durch die Atombomben abgegeben wurde, hat die Zusammensetzung von Stahl so verändert, dass du für die wirklichen High-End, Top-Notch-Sachen Stahl brauchst, der vor 1945 erstellt wurde. Hä? Ist das nicht insane? Das heißt also, der Eiffelturm ist verstrahlt? Ja, wahrscheinlich, ja. What? Ja. Okay, das ist echt interessant. Partywissen. Das ist echt Partywissen. Party in my head wissen gerade. Okay, Victor Lustig. Victor Lustig? Victor Lustig, was soll das Ding jetzt verkaufen? Was soll das jetzt verkauen? Ja, der sitzt da so und lässt diesen Artikel erstmal wirken. Der ist ja noch immer so im Hotelzimmer, raucht wahrscheinlich erstmal eine Zigarette und überlegt sich, ist das jetzt schlau oder ist das sehr dumm? Ist das sehr, sehr schlau oder ist das sehr, sehr dumm? Immerhin stellt er sich die Frage, im Gegensatz zu vielen weiteren Protagonisten dieses Podcasts, aber er wird diesen Gedankenblitz nicht los und er fasst wirklich den Plan. Ich bin derjenige, der den Eiffelturm verkaufen wird. Ich finde das so eine geniale Idee. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, haben wir einen Podcast gemacht über den Berliner Flughafen. Da war es genau so, dass man gesagt hat, wir müssen das Ding eigentlich abreißen. Ja, stimmt. Du hättest eigentlich sagen können, okay, komm, ich verkloppe alles, was da drin ist. So, und irgendwie verkaufen den Flughafen. Ja, ja, stimmt. Ein ähnlicher Scam. Ja, ja, stimmt eigentlich. Viktor Lustig hätte das gemacht. Ja. Für Viktor Lustig ist eigentlich alles gegeben, was einen guten Betrug ausmacht. Eine gute Lüge fußt immer auf einer Wahrheit. Und die Wahrheit ist ja, Paris möchte diesen Eiffelturm loswerden oder viele Menschen hier. Die Instandhaltung ist mega teuer. Also hört er sich um. Okay, jetzt erstmal hier ein bisschen sondieren. Wer könnte denn interessiert sein am Eiffelturm? Okay, vielleicht Schrotthändler. Also wirklich Leute, die den Schrott mir hier abnehmen. Ja. Die dann halt natürlich auf ihren Höfen, keine Ahnung, irgendwie Stahl lagern können, um den dann wieder weiter zu verkaufen. Ja. Sehr reiche Schrotthändler muss man wahrscheinlich dazu führen. Also die Ludolfs waren es wahrscheinlich nicht. Die sind Kfz-Teilhändler. Ach, sorry. Aber er glaubt halt, okay, für Schrotthändler ist es tatsächlich ein attraktiver Deal, weil viel Rohmaterial. Es ist auch ein bisschen Prestige. Du bist dann halt der, der den Eiffelturm gekauft hat. Das ist tatsächlich auch was, womit man sich einen Namen machen kann. Eiffelturm gekauft und verschrottet. Und verschrottet, aber und weiterverkauft und richtig reich geworden damit. Das ist natürlich das, was hinter dieser Idee locken kann. Und er hat tatsächlich sehr schnell sechs Kandidaten in Paris ausfindig gemacht, die er irgendwie kontaktiert und die alle interessiert sind. Wie funktioniert das, dass du den vorgaukelst, dass du das Ding verkaufen kannst? Das machst du so. Erstmal kontaktierst du deinen anderen Betrügerkollegen und lässt dir Briefpapier erstellen. Das aussieht, als wäre es von der französischen Regierung. Die Fälschung ist so gut, dass wahrscheinlich niemand einen Unterschied erkannt hätte. Auf dem Briefkopf steht nämlich, Viktor Lustig, stellvertretender Generaldirektor des Post- und Telegrafenministeriums. Also er gibt sich als Ministerialbeamter aus, der den Auftrag hat, von der Regierung den Turm abzureißen und dieses Teil letztendlich weiterzuhauen. Und den interessierten Händlern, die er halt schon ausfindig gemacht hat, schreibt er einen Brief. Den Brief habe ich mir jetzt ausgedacht, aber der wird ungefähr so lauten inhaltlich. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Damen, streiche ich, Tippex. Meine sehr verehrten Herren, erstmal vorab, ich bitte Sie um höchste Geheimhaltung. Ganz wichtig, diese Angelegenheit muss mit allerhöchster Diskretion behandelt werden, um einen Aufschrei in der Bevölkerung zu verhindern. Nach langer Diskussion hat die Stadt Paris den Entschluss gefasst, den Eiffelturm zu demontieren. Die technischen Mängel, die teuren Reparaturarbeiten und politische Schwierigkeiten lassen uns keine andere Wahl. Meine Wenigkeit ist nun damit beauftragt worden, den Abriss zu organisieren und den Stahl zu veräußern. Mit dem Angebot wende ich mich an Sie, meine Herren, die jedoch die Besten ihrer Gilde sind und eine makellose Reputation an ehrliche Geschäftsmänner besitzen. Bitte kommen Sie Freitagnachmittag ins Hotel de Crayon, um weitere Details zu besprechen. Cordialement, Victor Lustig. Wie gesagt, habe ich mir ausgedacht, aber so ungefähr. Er hat auf jeden Fall mit diesem offiziellen Briefkopf seine sechs möglichen Opfer. Die sechs Schrottis. Die sechs Schrottis kontaktiert. Die sind natürlich erstmal skeptisch so, weil warum sollen sie ins Hotel kommen? Können doch auch einfach dann ins Ministerium kommen oder so. Aber irgendwie kommen sie dann doch zum Schluss, ah ja, ist ja ganz, ganz geheim. Ja, klar. Ist ja ein Geheimtreffen. Und tatsächlich finden in diesem Hotel de Crayon auch irgendwie so politische Treffen zwischen Diplomaten und so anscheinend häufiger statt. Und deswegen reimen sie sich das dann so zusammen, sind alle dann doch so, okay, es könnte tatsächlich was dran sein. Und sie sind auch irgendwie geschmeichelt, dass hier jemand anscheinend von oberster Stelle ausgerechnet sie ausgewählt hat. Also das ist auch so ein typisches Motiv oder so ein Mechanismus, mit dem Viktor Lustig immer spielt, dieses Leute in ihren Eitelkeiten so ein bisschen zu kitzeln. Das ist der Punkt, wo du mich kriegen würdest. Ja? Ja, das ist ganz schlimm. Jeder Mensch funktioniert irgendwie gleich. Diese sechs Geschäftsmänner kommen also alle im Hotel an und jetzt ist es auch so. Das ist, glaube ich, aber so ein bisschen outdated, aber es geht jetzt nicht direkt um Business, sondern lustig weiß, Geschäfte macht man mit teurem Essen und guten Drinks so ungefähr. Deswegen wird erstmal nur Wein kredenzt und alle sollen hier was Gutes zu essen kriegen. Er ist natürlich so, nippt nur so an seinem Wein, weil er darf sich ja nicht betrinken, Regel 10. Und dann hält er halt eine Rede, in der er wirklich darüber spricht, wie fachkundig er jetzt diesen Eiffelturm abreißen würde. Er spricht irgendwie über den Architekten des Eiffelturms und hat da sich irgendwelche Details zurechtgelegt. Das klingt also alles wirklich irgendwie glaubhaft und eben so detailtief, dass es irgendwie wahr sein könnte. Und dann kommt er zum wichtigsten Punkt, nämlich okay, jetzt sitzen hier sechs Leute, die möglicherweise interessiert sind, die er halt noch überzeugen muss. Aber einer von den Sechsen kriegt den Zuschlag. Also wie wird er sich entscheiden, wer die 7000 Tonnen Stahl bekommt? Nämlich der Händler, der am meisten bietet. Also er würde den Eiffelturm an den Höchstbietenden veräußern. Und alle von den hier Anwesenden mögen ihm doch bitte bis zum nächsten Tag das Angebot zukommen lassen. Und das tun die Leute tatsächlich. Also am nächsten Tag bekommt er irgendwie, ich weiß nicht, Briefe oder Telegramme wahrscheinlich irgendwie zugestellt, in denen jeder so eine Zahl nennt. Und jetzt ist er auch wieder schlau, weil er nimmt nicht einfach den, der am höchsten bietet, sondern er nimmt den, von dem er auch am Abend davor oder am Tag davor bei diesem Essen, bei diesem Kennenlernen, wo er sich auch Zeit genommen hat, den er als bestes Opfer sozusagen auserkoren hat. Nämlich die Person, die es aus eitlen Beweggründen macht. Also der sich eben in dieser Eitelkeit dann irgendwie am besten catchen lässt. Die Person, die den Eiffelturm haben will. Genau, die Person, die sein will, die 7000 Tonnen Stahl verursacht. Genau das. Und sein Opfer ist André Poisson, also wie der Fisch. Der ist relativ neu noch im Schrotthändlergeschäft. Ist wahrscheinlich so wild auf den Deal, weil er jetzt der Newcomer werden will, der dann irgendwie den Top 30 under 30 sein möchte. Im Schrottmanagement-Magazin. Ja, genau. Also A, es ist ein gutes Geschäft, er kann damit reich werden und B, gibt es ihnen einen Ruf als derjenige der. Poisson ist also wirklich so total angezündet. Der hat richtig Bock, als er auch die Zusage von Victor lustig bekommt. Nur eine ihm nahestehende Person ist super skeptisch, nämlich seine Frau. Also Madame Poisson. Ja, danke, dass sie den Tag rettet hier. Ja, ja, genau. Also die muss man jetzt überzeugen und nachdem sie eine Frau ist, hat sie natürlich keine Gier. Nein, wirklich, doch, der hat es gesagt, der hat es gesagt. Wir werden reich. Oh, André. Du kannst doch nicht wirklich den fucking Eifeldorf verkaufen. Doch, doch, das wollen die. Der ist voll hässlich und so. Wirklich? Ja. Und sie ist aber so, warte mal, also ich komme jetzt mal mit, es geht jetzt um die Vertragsunterzeichnung. Ich nehme dich jetzt an die Hand, ich setze mich dazu und gucke, was das hier für ein Typ ist, weil ganz geheuer ist mir die Sache nicht. Und das ist eine Sache, die Viktor lustig überrascht. Da muss er jetzt einen Ass aus dem Ärmel ziehen. Und er hat auch einen Ass im Ärmel und das finde ich sehr interessant. Die Frau ist also bei dieser Vertragsunterzeichnung dabei und er merkt, okay, die könnte den ganzen Deal jetzt hier auffliegen lassen, beziehungsweise könnte halt die Unterzeichnung verhindern. Er ist dann so, okay, ja, ja, also bevor ich euch den Vertrag gebe, muss er noch ganz kurz das Thema wechseln, eine unangenehme Sache. Sie wissen ja, ich bin Ministerialbeamter, also ich bin hier ein ganz normaler Beamter im Auftrag des Staates unterwegs, wie auch immer. Und nun ja, also es gibt viele Interessenten, sie war nur einer von sechs und gibt es nicht noch eine Sache, die mich noch mehr überzeugen könnte, dass jetzt sie der Richtige sind? Also ich übersetze mal, für alle, die es noch nicht verstanden haben, er möchte bestochen werden. Also er fragt jetzt quasi ganz offen nach Bestechungsgeldern. Und weißt du was? Das überzeugt die Frau. Es ist so witzig, weil es ist damals so Common Sense, dass Beamte korrupt sind. Das weiß er natürlich. Also spielt er hier den korrupten Beamten und sagt so, ja, leg nochmal zehn Prozent drauf und das Ding gehört dir. Und Madame Poisson ist so, alles klar, sorry, André, dass ich das so lange zurückgezogen habe. Ja, wo er korrupt ist, ist alles klar. Der Deal ist legit. Ja. Genau, also das ist so, was die Frau dann überzeugt. Die unterschreiben dann tatsächlich. Und was passiert? Victor Lustig steckt das Geld ein und flieht nach Wien. Wer jetzt denkt, da ist dann, keine Ahnung, die LKA ihm auf den Fersen, fährt direkt über die Grenze hinterher. Nö, denn dieser André Poisson ist so eitel, dass er es nicht meldet. Der will nicht zugeben, dass er verarscht wurde. Und so kommt es tatsächlich, dass er den Victor Lustig nicht anzeigt. Das heißt, die Polizei weiß nichts davon. Das heißt, der Typ ist sein Geld los. Wie viel Geld hat er gezahlt? Wir wissen es nicht, aber es muss wirklich eine sehr, sehr hohe Summe gewesen sein. Aber den genauen Betrag, der ist leider nicht bekannt. Victor Lustig ist natürlich absolut überzeugt von seiner Masche. Jetzt muss ich wieder nochmal sagen, also die Quellenlage ist jetzt nicht ganz eindeutig. Manche sagen, das war das einzige Mal, dass er versucht hat, den Eiffelturm zu verkaufen. Es gibt aber tatsächlich Quellen, die sagen, er hat das Ganze dann nochmal versucht. Und hat es nochmal geschafft. Mit der gleichen Masche. Also manchen Quellen zufolge ist er sozusagen der Mann, der zweimal erfolgreich den Eiffelturm verkauft hat. Geil. Nachdem er es aber beim zweiten Mal versucht hat, heißt es, flieht er in die USA. Also er landet auf jeden Fall, wie auch immer, ein paar Jahre später wieder in den USA. Wird aber noch nicht geschnappt. Er führt da seine Con-Man-Karriere, so nennt man ja so Betrüger in den USA. Was ist es Convenience? Nee, Confidence. Confidence Man, genau, die so selbstbewusst auftreten. Betrüger eben. Convenience Man. Das sind die Leute, die Supermärkte gründen, glaube ich. Es hat so zwei Bedeutungen. Das kommt von einem daher, dass die so selbstbewusst auftreten. Aber you put your confidence in them. Also du vertraust denen. Ach so, ah. Okay. Ah ja, geil. Also quasi in beide Richtungen. Ja, ja, voll. Okay, interessant. Er führt also diese Con-Man-Karriere in den USA, wo er eben so genannt wird, weiter. Und anscheinend, es gibt auch so eine Legende, dass Al Capone total beeindruckt ist von Victor, dass sich das so voll der Fan soll. Geil. Das ist halt so geil. Also der Mafioso schlechthin ist halt so. Endlich lerne ich dich kennen. Boah. Top. Ja. Top Typ. Schon geil. Er hat dann auch anscheinend in den USA noch weiter mit dieser Gelddruckmaschine, mit diesem Business irgendwie gearbeitet. Anscheinend hat er so viel Geld gedruckt, dass er den amerikanischen Dollar fast gecrashed hätte. Also es ist, so ein Richter sagt dann später, als er dann verhaftet wird, Jahre später sagt er ein Richter über ihn, er hat so viel produziert, like some government issuing money in rivalry with the United States Treasury, also im Grunde, als wäre er eine zweite Regierung, so viel Geld hat er gedruckt. Quasi doppelt so viel Geld im Umlauf, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber es kommt irgendwann doch, wie es kommen muss. 1935, das ist zehn Jahre nach dem ersten Verkauf des Eiffelturms, wird Victor Lustig in den USA festgenommen und in ein Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan gesteckt. Dieses Gefängnis gilt als hochsicher. Du sagst weiter, was passiert. Er bricht aus. Er bricht aus. Also Szene, er hat sich irgendwie auf den Lüftungsrohren, hat er sich eine Zange zurecht gelegt, schneidet halt die Stangen da vor seinem Fenster durch, wirft eine aus Bettlacken geknotete Schnur, also so ein Seil, das er gebastelt hat, raus, um glaube ich drei Stockwerke oder so da runter zu klettern. Das Gefängnis ist aber halt an einer Straße, wo Leute vorbeigehen. Die Leute bleiben so stehen, so, äh, da ist, äh, und weißt du, was er macht? Er holt aus der Hosentasche einen Lappen und wischt so die Fenster. Müh, 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 und also, ach, doch nur ein Fensterputzer. Das ist wirklich geil, oder? Er hat so geahnt, so, okay, was ist, wenn mich jemand sieht? Ich tue mir einen Lappen in die Hosentasche. Das ist so geil. Das geht nicht. Er kommt, aber wird dann auch direkt wieder festgenommen, also ich glaube, er ist nur einen Monat lang irgendwie auf der Flucht. Er wird dann zu 15 Jahren Haft verurteilt und dieses Mal landet er in Alcatraz, also das ist dann wirklich das Hochsicherheitsgefängnis. Und da lebt er dann noch ein paar Jahre. Der soll dann halt ganz oft so Krankheiten vorgetäuscht haben, um irgendwelche Rezepte zu kriegen. Also der hat sich dann irgendwie schon wieder versucht, irgendwie ins Krankenhaus zu lügen, sage ich mal, um wahrscheinlich rauszukommen. Das hat er allerdings so oft gemacht, dass dann eine Krankheit, die er hat, dann wirklich zu spät diagnostiziert wird, nämlich eine Lungenentzündung, die er 1947 kriegt. Bis zu dem Zeitpunkt soll er mir als tausendmal Krankheiten vorgetäuscht haben, 500 Rezepte beantragt haben und jetzt sagt er halt so, hey, mir tut der Brustkorb wirklich weh. Leider glaubt ihm niemand mehr. Boah. Ein bisschen selbstgelegtes Ei, muss ich echt sagen. Finde ich fast den größten Fail dieser Folge. Das ist wirklich krass. Wie er in seiner eigenen Strategie zur Grunde geht. Total, ja. Ja, mega traurig. Tausendmal Krankheiten vorgetäuscht. Ja. Ja, okay, sorry. Tausendmal, tausendmal probiert. Aber das tausend und erste Mal war dann leider... Ja, und es hat bumm gemacht. Es hat wirklich dann nichts mehr gemacht. 57 Jahre ist er alt, als er stirbt. Ich komme jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Anfang der Geschichte, wo ich gesagt habe, so hey, man weiß gar nicht genau, wie das mit der Kindheit war und mit der Jugend und so. Also, es gibt nämlich einen Historiker, der sich im Jahr 2015 mit Viktor Lustig beschäftigt. Das ist ein Historiker, der auch aus Hostinay kommt, also aus Tschechien. Tomasz Andel heißt der. Und der hat so Stunden im Stadtarchiv dieser vermeintlichen Heimatstadt Arnau, beziehungsweise Hostinay halt verbracht, um irgendwelche Informationen über Robert Müller slash Viktor Lustig slash 45 weitere Pseudonyme rauszufinden. Er hat halt gesucht, ne? Gibt's irgendwelche Meldeurkunden, Geburtsurkunde, Wahlunterlagen, whatever. Irgendwas, was mit einem dieser Namen versehen ist. Nichts. Das heißt, es gibt keinen Nachweis, dass Viktor Lustig oder Robert Müller oder sonst, der jemals überhaupt in dieser Stadt gelebt hat, geschweige denn dort geboren wurde. Das heißt also, seine wahre Identität wissen wir bis heute nicht. Das hat er mit ins Grab genommen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er 47 in Alcatraz gestorben ist, um 20.30 Uhr. Auf seinem Totenschein übrigens steht, mit so einem quasi zfinkernem Auge eingetragen, er sei Apprentice Salesman, also Verkäufer in Ausbildung. Wahrscheinlich so ein bisschen in Anlehnung an seine Machenschaften in seinen 57 Jahren seines Lebens. Ja, Wahnsinn. Ich finde ja immer, man kann total viel lernen von diesen Trickbetrügern. Also das ist ja auch was, was immer so gefährlich, in Anführungszeichen, ist, dass man die halt so hochhält, so als die smarten Typen. Ja, weil es kommt auch niemand zu schaden. Ja, ja, klar. Also es wird niemand ermordet. Es ist einfach so. Ja, ja, genau. Aber wirklich so, das Psychologie-Game, muss man wirklich sagen, das beherrschen wahrscheinlich Betrüger. Ich liebe ja auch einfach so Filme über Trickbetrüger. Ja, natürlich. Ich liebe das. Das ist einfach, ja. Das ist faszinierend. Ich habe auch, glaube ich, jeden gesehen. Ehrlich? Was ist dein Liebster? Tricks von, ich glaube, das ist ein Soderberg-Film mit Nicolas Cage. Ach, geil. Ja, genau. Das ist sehr gut. Ja, irgendwie was lernen von Trickbetüger-Leuten kann man, glaube ich, schon. Aber man kann sich auch eigene Regeln setzen. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Schreibt uns doch in die Kommentare bei Spotify. Was wäre euer Top-Gebot, um Leute um den Finger zu wickeln? Was ist das Wichtigste? Nicht betrunken sein, finde ich schon mal ganz gut. Gepflegt sein ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, aber vielleicht fällt euch ja noch was ein. Ja, und wenn ihr mal einen erfolgreichen Scam gemacht habt, schreibt uns den auch in die Kommentare. Vielleicht können wir den nachmachen. Oh, vielleicht kann ich auch von euch lernen. Was habt ihr schon mal versucht zu verkaufen? Welches Monument? Da, wen gefällt das? Das ist eine Produktion von Kugel und Hiere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Claßen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Simone Bundschuh. Intro-Musik Robert Sladecek. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau. Wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds entstand. Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben. Genau so ist es. Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Werbung Ende